Seid mir gegrüßt. Willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing-Video. Heute geht es um Mats, Mean, Ugly, Daddy, Sport. Ein Titel aus den 90ern. Und ich habe mir heute hier Verstärkung geholt. Und zwar, ihr seht es hier schon eingeblendet, den Teut Weidemann. Hallo Teut, grüß dich. Ja, hi Andreas. Freut mich hier zu sein, vor allem über so einen schönen Titel. Ja, also ich habe mich auch lange mit beschäftigt, also jetzt wieder beschäftigt, muss man ja sagen. Und ich habe auch dazu ein paar Videos gemacht, weil es mich früher schon sehr interessiert hat und ich es rauf und runter gespielt hatte, weil es eigentlich sowas völlig Neues war damals. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch beim Replay sozusagen hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich dachte mir eben, wenn wir jetzt hier schon mal das Ganze aufgreifen, könnte man ja vielleicht mal suchen und vielleicht auch finden, jemand, der damals damit beteiligt war. In dem Fall warst du das. Und ja, also zu deiner Person vielleicht ganz kurz. Du bist deutscher Spieleentwickler und Produzent und gehörst mit zu den ersten professionellen Spieleentwicklern in Deutschland. Du warst in der Entwicklung von über 30 Titeln beteiligt, darunter Klassiker wie Katakis, X-Out, R-Type und natürlich auch Mats oder Muts. Ich bin immer noch am überlegen, was die richtige Betonung ist. Du warst bei Rainbow Arts und bei Softgold sowie auch bei Microsoft angestellt. Im Jahr 1996, also 1996, hast du dein eigenes Entwicklungsstudio gegründet mit Winx Simulations. Und ihr habt damals unter anderem Titel wie Panzer Elite und Söldner Secret Wars herausgebracht. Das Ganze dann bis ins Jahr 2000, wo ihr dann durch den österreichischen Publisher Jowood übernommen wurdet. Und dann in 2005, soweit ich jetzt weiß, wurde dann Winx Simulations von Jowood geschlossen. Und du hast bei CDV Software Entertainment angeheuert für, ich meine, zwei oder drei Jahre. Ich bin ganz genau sicher. Und warst also von 2009 bis 2015 bei Ubisoft Bluebyte als Berater tätig. Ja, also nach CDV, nach dem Vorstand, bin ich in die Beratung gegangen und hatte viele Kunden in meinem Lieblings, meine Lieblingsfestellisierung, das ist Online-Games und Free-to-Play, was damals hochkam. Und Ubisoft war langjährig mein Kunde. Und dadurch, dass ich bei Ubisoft so aktiv war und in so vielen Projekten beteiligt war, dachten viele, ich sei da angestellt. Bin ich aber nicht. Ah, okay. Ubisoft war genauso ein Kunde wie viele andere, aber es war damals für sehr viele Jahre mein größter Kunde. Ah, sehr gut. Okay, das stand jetzt hier nicht bei mir. Aber gut, als Ergänzung. Also was ich noch habe, ist noch, du bist heute also freier Berater im Online-Entertainment-Bereich, teilweise Dozent in diversen Bildungseinrichtungen. Außerdem Creative Director bei Stratosphere Games. Genau, da bin ich verantwortlich, mitverantwortlich für einen Titel, der heißt Homeworld Mobile. Und Homeworld, auch interessant, ist basierend auf einer 20 Jahre alten IP, nämlich dem Original Homeworld IDRTS damals. 1999 kam das auf PC. Und die machen die Mobile-Variante. Die ist auch schon draußen. Die kann man im Android oder im iOS-Dorf finden und runterladen und spielen. Ah, sehr gut. Sehr schön. Ja, bewegtes Leben, würde ich mal sagen. Von neuner Spielebranchen. Ist noch was, was ich ergänzen muss? Nein, also 30 Titel sind ein bisschen zu wenig. Ich war bei halb über 100 Titeln beteiligt und ich habe dann irgendwann das Zählen aufgehört. Ich habe auch versucht, eine Liste zu machen, an welchen Titeln ich meine Finger drin hatte. Und das waren dann über 100. Und dann habe ich auch irgendwann aufgelöst, die Liste weiter zu pflegen. Aber hier und da finde ich immer noch Spiele, wo ich sage, oh Gott, das gab es ja auch noch. Es waren damals andere Zeiten. Da hat man innerhalb von drei Monaten einen Titel runtergerissen in den 80er, 90ern. Und heutzutage geht das ja gar nicht mehr. Also heute sitzt man jahrelang mit ein paar hundert Leuten drin. Aber es sind schon andere Zeiten. Also die damaligen Zeiten waren schön, aber anders. Aber man hat damals viele Fehler machen dürfen, die heute katastrophal wären. Deswegen war das sozusagen meine Ausbildung bei Rainbow Arts. Haben wir alle gelernt, weil es gab damals noch keine Literatur, kein Internet, keine Konferenzen, nichts. Das heißt, man hat alles von der Pike auf selber falsch machen dürfen und daraus dann gelernt. Ja, sehr schön. Also wir haben uns ja jetzt relativ kurzfristig hier verabredet. Und ich hatte ja vor, ich glaube, letztes Jahr schon, hatte ich so ein kleines Let's Play gemacht auf dem Kanal hier zu Moods. Und ja, für alle, die es vielleicht gar nicht jetzt kennen, soll es ja auch geben aus dem Amiga-Bereich. Mal ganz kurz vielleicht zu Moods. Also Moods, Mean, Ugly, Dirty Sport, ist also ein Spiel aus dem Jahr 1990, das von dem Team Golden Goblins, welches auch damals für Circus Attractions und Grand Monsterslam verantwortlich war, entwickelt worden und wurde von Rainbow Arts also vertrieben, ist für den PC und für den Amiga erschienen. Und ja, ganz grob skizziert der Spieler, also wir übernehmen also das Management und den Trainerposten bei einem Mats-Moods-Mannschaft, welche aus Gefangenen eigentlich sich zusammensetzt, die von den völlig überfüllten Gefängnissen einen Ausweg suchen. Und das Ganze spielt auf einem fiktiven Kontinent namens Gould, wo sich allerlei Rassen tummeln. Und die Moods-Spieler sind aber also keinesfalls freiwillig bei dem ganzen Programm dabei, sondern eigentlich, weil sie eine Wahl hatten zwischen medizinischem Versuchskaninchen, Steinbrucharbeiter oder Tütenkleber. Und wie die Gladiatoren ihre Freiheit erspielen, das ist schon okay. Ja, wenn man so will, ist es dann auch wieder okay. Also das stimmt, ja. Also als Trainer übernimmt man also die Rolle und muss sich also da um diese Mannschaft da kümmern. Und es geht also im Prinzip darum, man muss den Kontinent bereisen. Es gibt also so 16 Städte, die man bereisen kann mit seiner Mannschaft. Und in jeder Stadt spielt man also quasi gegen die Heimmannschaft ein Matz-Spiel, Moods-Spiel. Und Moods ist im Prinzip so eine Mischung aus Rugby, American Football, irgendwie. Ja, das war genau die American Football meets Basketball und halt nur ein bisschen brutaler. Ah, okay, genau, ja. Und das Besondere war halt, dass man ein Sportspiel gemacht hat, was nicht nur das Sportspiel war, sondern auch das Management und das Abenteuer drumherum. Das war damals neu. Stimmt, das war eigentlich ziemlich neu. Bis dato kannte ich das eigentlich so gar nicht, dass man so quasi Action-Part und Management-Part hatte. Das war also was Neues. Und natürlich auch das Setting war damals eigentlich ziemlich neu, muss man sagen. Ja, es sind zwei Dinge, die aufeinander kamen. Also einmal, dass das Spiel so groß geworden ist, das war ursprünglich nicht so geplant. Das hatte einen Grund, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Und das Setting entsprang aus dem kreativen Hirn von Hartwig Niederkasse. Das war einer der Co-Designer und der Key Artist, der fast alle Art gemacht hat. Unter anderem auch für Grand Monsterslam damals. Und der war ein großer Fan von dem Stil von Warhammer, von Games Workshop, wenn ihr das kennt. Und da kam die Inspiration her, wie die Viecher alle aussehen sollen, weil die hatten damals Blood Bowl gemacht. Und daraus entsprang dann so die gesamte Welt, die er designen durfte. Und das hat ihm natürlich viel Spaß gemacht. Ja, und die Golden Goblins selber, das Team, also damals ist die gesamte Spieleindustrie ja in Gütersloh entstanden. Da gab es zwei Filme und einer davon ist umgezogen nach Düsseldorf und hat ein Studio in Gütersloh gelassen. Das hieß Golden Goblins. Das hat er damals diese zwei Titel gemacht. Und die waren aber exklusiv gebunden an Rainbow Hearts. Und dann kam, ich sage es mal, die Konsolidierung ein wenig und dann musste Golden Goblins umziehen und ist praktisch in die Büroräume von Rainbow Hearts nach Düsseldorf gezogen und ein internes Team dann, auch wenn sie als Team immer noch als Golden Goblins gehandhabt worden sind. Und inoffiziell war Mats der Nachfolger von Grand Monsterslam. Grand Monsterslam war sozusagen nur die Sportart. Das war Grand Monsterslam, auch ein Sportspiel. und wurde dann halt aufgeblasen mit dem Manager-Teil drumherum und allem möglichen witzigen Zeug, was sich das gesamte Team hat einfallen lassen. Und das Besondere da war, es gab keinen Lead Designer, obwohl damals gab es eigentlich keinen Game Designer. Die Teams waren sehr, sehr klein und übersichtlich, sondern da war jeder Game Designer. Und wir waren zu viert und haben das Spiel da gemeinsam aufgezogen. Und die Kreativität des Teams da, das war sehr witzig. Also war so eins der schönsten Titel, an denen ich mitarbeiten durfte, weil das Team halt auch so gut als Team gearbeitet hat. Das ist ihr drittes Spiel, was sie gemacht haben. Dort waren die eingespielt, die kannten sich alle für alle Ewigkeiten und haben dementsprechend dann da auch sehr viel Mühe reingesteckt. Und haben auch ein paar technische Meisterleistungen gemacht, vor allem auf PC. Heutzutage sagt man dann, hey, was ist da das Besonderes dran? Wir hatten digitale Sprachausgaben auf dem PC über den eingebauten Speaker. Also ohne Soundkarte hatten wir digitale Sprachausgaben und Geräusche. Das war neu. Und das Zweite ist, dass das Spiel auf PC auf einer normalen EGR-Karte, ich weiß nicht, da könnt ihr mal googeln, was das ist, EGR und VGR mit 16 kratzlichen Farben, in 60 Hertz vertikales Scrolling hinkriegt mit den ganzen Figuren auf dem Bildschirm. Und auch das war technisch gesehen sehr weit vorne. Was auf PC damals ja sehr, sehr schwierig war. Auf Amiga hat er 16 Farben war EGR. 16 feste Farben und VGR hatte 16 dynamische Farben oder 256 Farben, je nach der Auflösung, die du benutzt hast. Und genau, auf Amiga war das dementsprechend technisch einfacher zu bewerkstelligen, aber auch PC war es ein Aufwand, aber sie haben es hingekriegt. Also echt schön. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen an der Stelle, ich kenne nur die Amiga-Version, die PC-Version habe ich irgendwie noch nie gespielt. Werde ich aber, das kann ich jetzt schon mal gleich sagen, werde ich auf jeden Fall hier dann auch im Video hinterher nochmal anhängen, weil mich das jetzt selber nochmal interessiert. Ich hatte es im Vorlauf nämlich auch nur gelesen, dass es diesen Digi-Sound und so, dass es das halt gab. Und das werde ich mir auf jeden Fall dann anschauen. Das Spiel ist ein E-Mail-Anhang, der klein ist als die E-Mail an sich. Ich glaube, das ist ein 700-Kilobyte-Anhang und das, nee, 1,2-Megabyte, Entschuldigung. So klein ist das Spiel, das komplette, andere Zeit. Ja, dann sind wir eigentlich schon jetzt mittendrin. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle auch gar nicht groß weiter mit meinem Vortrag zu Was ist eigentlich Moots? Sondern frage einfach direkt weiter, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Spiel zu machen? Also dadurch, dass das Team eingezogen ist bei Rainbow Arts, hat man natürlich gesagt, was macht das Team jetzt? Und das Team wollte unbedingt zusammenarbeiten an einem Projekt. Und das waren ja schon vier Leute. Und ich kam dann halt als Projektleiter dazu. Und da kam die Idee auf, warum machen wir nicht Nachfolger von Grand Monsterslam? Und dann kam halt die Ansage, das muss dann halt tiefer, langfristiger sein. Man muss mehr Spielspaß haben, anstatt nur, sagen wir mal, das etwas einfache. Der Grafikstil sollte dementsprechend kreativ sein, so wie sie es gewohnt sind. Weil Circus Interactions, das Spiel, was wir davor gemacht haben, war zwar sehr schön, aber es war kein Erfolg. Also Circus war nichts, was die Leute spielen wollten. Und dann kamen da ein paar Ideen dazu. Und dann hat man halt die Sportart erst mal gewählt. Und wir wollten keine traditionelle Sportart nehmen, so wie Fußball, American Football oder sowas. Und da kamen wir auf den Gedanken, warum machen wir das Ganze nicht ein bisschen als Mischung und halt ein bisschen, brutaler ist das falsche Wort, sondern man darf halt den Spieler umkicken. Man darf halt auch den Schießrichter umkicken, wenn man möchte. Also da so ein bisschen Spaß drin haben. Und dann kamen wir so auf die Idee. Und dann war der Core-Loop im Moment eigentlich relativ schnell designt. Das Turmherum war dann ein bisschen aufwendiger. Und ursprünglich war das Spiel so gedacht, dass du eine lokale Liga hast und in nur einer Stadt spielst. Es gab nur eine Stadt, es gab nur dein Team gegen alle anderen Teams, die in der Stadt um den Rang wetteifern. Und das war, so war das Spiel geplant. Okay. Und als dann die ersten Spielbein-Versionen da waren, kam jemand auf uns zu, der Interesse dran hatte. Du darfst nicht vergessen, das Rainbow Arts war Teil von dem Konzern, wo auch Softgold dazugehörte. Und Softgold selber war der Distributionsarm. Die haben die Spiele sozusagen in Handel gestellt. Unter anderem haben die aber auch alle Amerikaner vertrieben. Damals hatten die Amerikaner keinen eigenen Vertrieb, sondern Microprose, Electronic Arts, Lucasfilm Games, wie sie damals hießen, heutzutage Lucasart. Fast alle große Amerikaner haben über Softgold distribuiert, weil Softgold die Lokalisation nicht erfunden hat, aber forciert hat und dadurch natürlich die Marktanteile in Deutschland ziemlich groß gemacht hat. Und einer davon, mit dem wir sehr engen Kontakt hatten, weil wir auch technische Hilfe, die wir gegeben haben, für ihre Spiele, ist die Firma Lucasfilm. Und Lucasfilm hat das Projekt gesehen und hat gesagt, boah, das ist geil, das würden wir gerne haben. Und da waren natürlich die Augen groß, weil damals war es noch undenkbar, dass eine europäische Firma überhaupt für eine Amerikaner ein Spiel entwickelt. Die waren damals ein bisschen weiter vorneweg. Und da waren wir natürlich sehr dankbar, dass sie Interesse gezeigt haben. Und dann wurde verhandelt und dann wurde das okay gegeben und es wurde im Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir offiziell das Spiel für Lucasfilm Games gemacht. Es sollte auch weltweit unter Lucasfilm rauskommen und nicht unter Rainbow Arts. Und der Designer, der da mit dran war, der ist halt der Producer bei Lucasfilm Games, der heißt Noah Falstein, das ist aber auch ein ganz bekannter Mann, der an den Adventures mitgearbeitet hat und so weiter. Das geht ja bei Google. Der hat das Spiel ein bisschen aufgeblasen. Der hat gesagt, hör mal zu, lass nicht nur eine Stadt machen, lass uns mehrere Städte machen. Und dann kamen wir, ja, dann müssen die aber stylistisch unterschiedlich sein, damit sie verschiedene Rassen haben können und so weiter. Und dann wurde halt der Kontinent geboren mit den ganzen Städten, die da drauf sind und den ganzen Rassen. Also das Spiel wurde aufgebohrt auf die vielfache Größe, wie es ursprünglich geplant war, durch den Amerikaner schon ein paar Bescheiden. Und dadurch, dass die aber Teile der Wirkungskosten tragen, war das ja kein Problem. Und alle waren begeistert. Hey, wir machen ein Spiel für den weltweiten Markt, für einen Amerikaner. Das war dann schon ein großer Ehrenschlag. Aber wie immer kommt immer alles anders, als man denkt. Lucasfilm Games wurde als Profil, Profit Center deklariert von George Lucas. Der hat gesagt, ey, ihr müsst das Gewinne schreiben. Dadurch hat Lucasfilm Games dann eine Umstrukturierung gemacht und hat den Chef rausgeschmissen, der die gelikedet hat damals, den Geschäftsführer. Und der Geschäftsführer hat Folgendes gemacht, damit er keinen, ja, wie soll man das sagen, das ist in den USA so gang und gäbe. Also jedenfalls ist es, bevor er gegangen ist, hat er alle Excel-Projekte gecancelt, alle. Unter anderem auch unseres. Sodass er sozusagen so eine Art reinen Tisch hinterlässt, und auch keine Unkosten und so weiter. Und der ist dann weg. Da haben wir gesagt, okay, dann gehen wir es halt dem anderen, weil wenn Lucasfilm das schon haben wollte, dann will es ja jemand anderes auch haben. Dummerweise ist der Chef da mit seinen Verbindungen hingegangen und hat uns schlecht gemacht. Und hat gesagt, ey, geh nicht mit dem Team zusammen, das ist total inkorporatibel, die sind keine guten Teamspiele und so weiter. Und da wollte keine Amerikaner mehr dieses Spiel anfassen. Was eine Rufmordkampagne war. Das haben wir allerdings erst später festgestellt. Und dann waren wir gezwungen, das Spiel selber festfertig zu machen, in dem großen Scale, was Lucasfilm Games eigentlich geplant hatte. Das Zweite war, dass wir in den USA dann halt über irgendeinen Luschenpappische rausgehen mussten, was schade ist. Also der Grund, warum man so groß ist, ist Lucasfilm Games, auch wenn sie es nachher gecancelt haben, durch irgendeinen Arschloch-Move, Entschuldigung, dass ich das fort sage, anstimmen. Und nichtsdestotrotz, das Spiel hatte ein Budget von, lass mich überlegen, 650.000 DM. Das klingt nicht viel, aber für damalige Verhältnisse war das extrem viel. Ja, ich kann dir sagen, dass Katakis auf Amiga wurde eingekauft für 25.000 DM. Also so als Vergleich mal. Und damit war es eines der teuersten Projekte von Softgold. Dementsprechend gab es auch viel Druck und viel Ärger. Aber auf der anderen Seite, es hat sich zum vollen Preis 84.000 Mal verkauft. Wenn du dann die Marge da ausrechnest, hast du das Ding als Torpeter eingespielt. Und deswegen waren wir dann schon zufrieden, hatte auch einen Achtungserfolg, hat sich auch laufend weiterverkauft und ist eines der wenigen Spiele, wo ich heute noch eine Fangemeinde habe, die Achtung an mich anschreiben. Deswegen, ja, wie jetzt auch das einzige andere Spiel, was das schafft, neben den üblichen Factor 5-Spielen, die Katakis und Turrican, ist Apprentice. Und damit ist Mats, dadurch, dass es so eines meiner Lieblingsspieler war, damals, an dem ich mitarbeiten durfte, schon hat es so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Und es läuft heute noch auf einer DOS-Box. Das kann ich gut verstehen, weil wenn man da irgendwie so intensiv ja auch so mitgehangen, mitgefangen, Höhen und Tiefen, also das ist sicherlich was. Ich hatte mir halt in dem Zusammenhang halt überlegt, Publishing, ja, ich hatte mir irgendwie eher vorgestellt, dass es vielleicht da Probleme gab, weil das Programm selber irgendwie so die Hintergrundstory vielleicht nicht ganz kompatibel war mit manchen, die das vertreiben wollten oder so, dass es da irgendwie angeeckt ist. Ja, also es war ein High-End-Price-Titel, ja, es gab ja damals ein paar Zykategorien. Action-Spiele wurden generell so für 49 Mark in den Laden gestellt, etwas komplexere Spiele für 79, 89 Mark und Mats für 89 Mark in den Laden, weil es halt als Sportmanager schrägstrich vermarktet worden ist. Und die amerikanischen Rollenspiele lagen über 100. Das lag aber auch an den Importsachen. Und für 89 Mark hatte man schon eine relativ ordentliche Marge und dann hat es gut verkauft und im Budget-Bereich auch ging es ganz schnell. Es ging raus für 89 Mark und nach drei Monaten war das Ding durch wegen Raubkopien und allem drum und dran. Ja, klar. Dann ist man da runtergegangen vom Preis. 20 Euro gab es gewisse Zubstionskanäle, wo es dann für 1995 dann im Laden lag. Und dann ging es dann halt unter 10 Euro raus und dann ging es auf die sogenannte Pyramide. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Es gab damals Software-Pyramide, ja. Genau, die Software-Pyramide und da stand nur noch der CD-Case draufgelegt und dann ging es dann auch mal ein paar 10.000 Stück weg für 5 Mark oder so. Ja, für welche Preise da waren unterschiedlich. Genau, genau. Ja, und wurde aber laufend weiterverkauft. Wir mussten dann irgendwann den Kopierschutz entfernen, weil der Kopierschutz war teuer und zwar hatten wir keinen Diskettenkopierschutz, sondern wir hatten einen Code. Also man musste am Anfang, hat er einen gefragt, und dann war so ein, im Raster gucken musste, was für ein Buchstabe oder Wort da steht und das müssen wir dann eingeben. Den muss man nachher rausnehmen, weil der halt zu teuer zu produzieren war für die Billigvermarktung. Und nicht kopierbar, haha, also mit damaligen Kopierern nicht kopierbar, heutzutage das Ding 1 zu 1 auf dem Farbkopierer durch. Das stimmt. Ich habe das ja auch noch zu Hause, diese Original-Code-Tabelle. Also, ihr habt das Spiel ja hier, habt die englische Version, habt die deutsche Version, da waren die Boxen ein bisschen unterschiedlich. Die englische war kleiner als die deutsche Version, hatten aber beide diesen Kopierschutz dann. Die Engländer haben zuerst die Packungen standardisiert, damit die Läden die besser ausstellen konnten. Da hat sich Deutschland lange gewehrt, dass sie die Packungen designt. Da kamen halt die ekelhaften, komischen Plastikdinger und sowas. Die Packung selber in Deutschland wurde von Scheler, Kaninimoglu, designt, das Bild, eins seiner Meisterwerke. Und das Ausland wollte immer was anderes. Die wollten immer andere Bilder. A, weil sie ja ihren Job rechtfertigen müssen, wenn sie in England diskutieren oder in Frankreich sonst was. Und dementsprechend war es für mich immer schwierig, alle Versionen meiner Spiele zu sammeln, mit allen Covern, die es da gibt. Ich glaube, Rekords sind 16 verschiedene Packungen für ein und dasselbe Spiel. Und jetzt darf man nicht vergessen, ich habe jetzt nur einen Namen gesagt, das ist der Hartwig Niedergassel, der kreative Kopf, der Hauptdesigner und der kreative Kopf hinter der gesamten Grafik. Mit dem habe ich noch mehrere Projekte danach gemacht. Die zwei Programmierer waren, ohne die zwei wäre massig so gut geworden. Beides Meister ihres Fachs und sehr, sehr gut. Beide auf PC. Da war der Holger Ahrens und der Volker Maronen und die sind beide auch noch tätig in der IT-Branche, sage ich mal, in der Spieleindustrie machen die nichts mehr. Ja, also Grafikstil, der hatte mir damals also auch wirklich sehr gut gefallen. Also das war ja auch, ihr hattet es dann zum Beispiel, was mir besonders gefallen hat, das waren am Anfang die Credits. Da gab es also diesen Credits-Button, wo man dann halt so das Konterfee dann so gesehen hatte, wer also beteiligt war. Da hatte ich mich dann gefragt, warum ist der Chris Hülsberg eigentlich da so schlecht weggekommen? Der hatte da irgendwie so ein Bild, das war mir wirklich aufgefallen. Die hatten ja, die Spieler hatten ja immer so einen Wert, also weiß ich nicht, zwischen, sag ich mal, 1000 und 1500 oder so. Und der war, also der Chris war wirklich sehr schlecht weggekommen, der war mit Wert 200 und hatte also die niedrigsten Werte überhaupt. Das war ja, der Wert war ja nicht der Wert des Menschen, sondern das war einfach nur auch die interne Witzelei, wie man halt seine Kollegen verarscht. Und wir haben auch den Geschäftsführer auf dem Sklavenmarkt verkauft. Der Mark Ulrich, der damals Rainbow als Geschäftsführer diente, der ist ja auch im Sklavenmarkt zu kaufen. Und dann hat man halt gesagt, wollen wir dem jetzt noch einen guten Spot geben, ja oder nein? Oder wollen wir den billig verramschen? Oder da hat man so Witzchen gemacht. Und da kam das Ganze her. Also es sind sehr, sehr viele Leute aus Rainbow als verewigt in diesem Sklavenmarkt, in irgendeinem der Städte. Und das ist ja auch schön, weil man sich da durchgerechnet wiederfindet. Aber heißt ja nicht, dass die wertvolle Spieler sind oder sehr wertvoll sind. Das ist eigentlich völlig egal. Nee, nee, deswegen nicht. Also ich hatte mich halt in dem Sinne halt nur mal gefragt, ja, die anderen waren halt alle irgendwie, hatten alle super Werte eigentlich, nur der Chris war so ein bisschen irgendwie außen vor, so ein kleiner Schmächtiger irgendwie. Das war halt dann, wie du schon sagst, das ist halt einfach der Humor, der dann dahinter steckt. Ja, du darfst nicht vergessen, zu der Zeit war Chris Hilsbeck, wir nannten ihn den Zombie, weil er tagsüber nie anzutreffen war. Und wenn du ihn gesehen hast, war er kreidebleich, weil der hat tagsüber geschlafen, im Büro, und hat dann spätnachdagsfrühabend angefangen zu arbeiten. Und der Grund war, dass er den Sound nicht über Kopfhörer erstellt hat, sondern halt über seine Boxen, weil er da besser klingt, seiner Meinung nach. Die Kopfhörer damals waren nicht so gut wie die heutigen. Und das hat ganz schön viel Lärm gemacht. Das heißt, die Leute konnten jetzt nicht arbeiten unbedingt, wenn Chris Hilsbeck im Büro gearbeitet hat. Das heißt, er hat komplett immer nachts gearbeitet, als Nachttier, und morgens ins Bett gegangen, und dann kamen wir alle ins Büro und haben in Ruhe programmiert, ohne dass wir seinen Lärm ertragen mussten, oder seine schöne Musik. Und das ist der Grund, warum Chris da so ein bisschen ein Außenseiter war, den man sozusagen nur in der Überlappung vielleicht eine Stunde am Tag gesehen hat. Okay, also eigentlich wirklich so eine Art Zombie, der durch die Gänge schleicht, und alle sagen schon, na, schau, das Gespenst von irgendwo, als ist wieder unterwegs. Sehr schön. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, also die Testberichte in den damaligen Zeitschriften, die waren ja eigentlich durchweg positiv, also wurde alles, also wirklich, der Humor vor allen Dingen wurde sehr gelobt, und auch die Grafik und der Sound, also hatte wirklich gepasst. Trotzdem hat ja die Entwicklung also über ein Jahr eigentlich gedauert, also du hattest es ja eben schon mal angesprochen, das hatte ja wahrscheinlich dann auch mit den Amis zu tun, die da dann irgendwie quergeschossen sind. Genau. Also war das im Prinzip dann der Grund, warum es so lange gedauert hat, oder gab es noch mehrere? Das war der Hauptgrund. Also zum einen die Änderung, dass das Spiel größer geworden ist, und zum anderen natürlich die Kommunikation. Ja, man musste das Spiel ja von denen testen lassen. Ja. Also wie lässt du heute ein Spiel von deiner amerikanischen Firma testen? Du lädst es ins Internet oder schickst es per Mail oder was auch immer, Dropbox, und laden die das runter und machen das. Ja, damals gab es doch kein Internet. Ja, und Modems mit, keine Ahnung, was haben die damals, 38 Kilobit oder so was, weiß ich ganz langsam. Also hat man das per FedEx nach USA geschickt. Okay. Kein Scherz. Und dann haben die das auch zur Hand genommen, getestet, gereviewt und haben ihre Antwort dann auch per FedEx zurückgeschickt. Und dementsprechend waren die Feedback-Zeiten, ja, waren immer eine Woche. Also wer sie hinschickt, nach einer Woche haben wir gewusst, was sie machen wollten. Klar haben die uns besucht, regelmäßig, ich sage mal alle drei Monate, oder wir sind einmal auch rüber. War das schönste Team-Erlebnis. Die haben dann zur Belohnung, haben die dann das gesamte Team eingeladen, rüber nach Kalifornien, durften wir alle rüberfliegen. Ich war öfter da wegen der Konferenz, aber generell das Team nicht. War für viele der erste USA-Besuch überhaupt. Damals war das, heutzutage geht man in Flieger für 900 Euro und fliegt rüber. Damals war das noch nicht ganz so einfach. Und was wir schönes erlebt haben, ist, dass uns die Firma eingeladen hat, auf der Ranch von George Lucas sozusagen das zu besuchen und mal anzuschauen. Richtig gut. Und wir durften dort auch im hauseigenen THX-Kino, was damals ganz besonders war, heutzutage hat das jedes Kino, durften wir Indiana Jones gucken, glaube ich, war der Film, als einer der Ersten. Und haben auch in einer Kantine der Mitarbeiter gegessen und da hat auch George Lucas gegessen. Also es war schon ein besonderes Erlebnis, dass wir da sein durften. Wir haben auch Fotos gemacht, illegalerweise, von der Ranch, von der gesamten Firma dort. Numerweise ist die Kamera aber geklaut worden aus dem Mietwagen. Das heißt, die Fotos sind dann verschwunden. Aber schade. Aber gut, sehr, sehr schöne Erlebnisse und Memories, die wir da kennenlernen durften. Und die Kommunikation, also das war der eine Grund, die Amerikaner. Der zweite Grund war sicherlich das Hin und Her. Das heißt, als dann Lucas abgesprungen ist und diese Hetz-Kampagne gemacht hat, mussten wir ja nochmal in die Verhandlungen gehen. Weil wir haben in England, Frankreich überall die großen Spiele-Märkte keinen Vertrieb suchen müssen, weil hey, es ist der Lucasfilm. Ja, klar. Jetzt springen die ab und dann müssen wir von vorne anfangen. Das heißt, die haben ja gesagt, oh Mist, jetzt müssen wir aber unsere gesamte Diskussion wieder hochfahren und gucken, wer will denn das Ding überhaupt vertreiben. Und das braucht auch Zeit. Weil man will ja parallel raus, weil wenn du in einem Land vorher rausgehst, dann sind die Raubkopien nach zwei Tagen ja schon in deinem Land. Deswegen muss wie immer Zeit gleich am selben Tag auf allen Formaten raus. Und das war so die Problematik, warum sich das ein bisschen verzögert hat. Es war als Projekt sechs, sieben Monate geplant ursprünglich und ist nach einem Jahr geworden. Heutzutage ist das lächerlich ein Jahr mit sieben Leuten. Ja, klar. Genau, Mobile Games kann man damit machen. Aber für damalige Zeiten war das schon sehr teuer. Da haben wir auch viel Druck bekommen deswegen. Das glaube ich, das glaube ich. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, es sollte ja anscheinend auch eine Atari ST-Version geben. und ich habe das hier nochmal nachgelesen, also die Version wurde anscheinend auch schon reviewt in einem ST-Computermagazin 1091 und auch im Handbuch sind ja schon die Ladeanweisungen für ST mit drin. Aber mehr ist dann da nicht mehr passiert. Kannst du dich da irgendwie noch erinnern, warum die Atari ST-Version da nicht mehr rauskam? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch immer mal fest behauptet in irgendeinem anderen Questionnaire, wieso wir haben das Ding doch auf Atari ST rausgebracht? Und dann sagt die Leute, nee, das ist nie rausgekommen. Und da hat mich echt gefragt, was war denn da? Also die Atari ST-Version wurde von nur einem einzigen Mann gemacht, der das portiert hat. Und der war, ich sage es mal, nicht ganz einfach. Und der ist dann auch irgendwann einfach mal abgehauen, wieder zurück nach Küttersloh in seine Familien, Sekte, keine Ahnung, wohin ist, und kam dann wieder und hat nichts gemacht. Oder hat was gemacht. Aber es war halt schwierig mit dem. Das kann sein, dass es daran lag, an dem Konvertierer. Oder an anderen Dingen, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mal, derjenige, der es noch weiß, 100 Prozent ist der Hardwick, der Hardwick Niedergasse. Oder der Volker, Holker vielleicht auch. Mit dem Holker habe ich noch Kontakt, mit dem Hardwick, ich sage mal, vor drei, vier Jahren vielleicht. Der war noch, viele, brauchst du sehr lange Zeit. War übrigens einer der dienstältesten Entwickler, die wir damals hatten. Der war so 10, 12 Jahre älter als wir alle. Und war sozusagen der ruhige Pol des Teams. Okay. Blutjung, darf man nicht vergessen, wir waren alle Anfang 20. Und dementsprechend. Aber nee, da muss ich mich echt erkundigen. Das ist eine gute Frage, die macht mich jetzt neugierig. Ja, also mir war, wie gesagt, mir war es halt damals dann nur aufgefallen, auch in meiner Recherche, weil es gab da, oder es gibt ja diese, wie heißt die, Atari Legend heißt das, glaube ich, die Webseite, die eigentlich alles von Atari soweit auch archiviert hatten. Und die hatten das dann nochmal reingeschrieben, das ist also nur irgendwo ein Review in der deutschen ST, also die hieß, glaube ich, ST Computermagazin, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und da wurde es also irgendwie reviewed. Und dann ist also auch nichts mehr aufgetaucht. Also ich bin sicher, dass der Mensch, der das gebaut hat damals, eventuell noch seine Originaldisketten irgendwo rumliegen hat und die Version rauskramen kann. Ja, weil ich weiß, dass wir es gespielt haben und getestet haben auf ST. Aber warum die nicht komplett fertig wurde, ich weiß es echt nicht. Also ich meine mich zu erinnern, hab's mir aber selber jetzt hier auch nicht aufgeschrieben, ich meine mich nur zu erinnern, dass auch irgendwas da stand, dass also derjenige, der dafür zuständig war, irgendwie dann auf einmal weg war und seinen Source-Code dann nicht irgendwo hinterlegt hatte. Sodass es dann da nicht mehr weiterging, also dass da keiner mehr irgendwie weiterarbeiten konnte. Und das war irgendwie dann der Grund. Aber ob das natürlich jetzt alles stimmt, rein spekulativ. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dummerweise. Das ist sehr lange her. 200 Jahre. Das glaube ich. Gut. Wie es dem auch sei, wir haben es ja auf Amiga und haben es auf PC und können uns da dran erfreuen. Also heute ja auch wieder genauso wie damals. Und was mich erstaunt hat, ich wusste es überhaupt nicht, das habt ihr mir gesagt, dass das Ding jetzt auf Steam und Good Old Games wieder verfügbar ist. Man kann es wieder kaufen. Ja, richtig. Das war für mich total neu. Ich meine, ich freue mich riesig drüber, auch wenn ich überhaupt keinen Pfennig dran verdiene. Ich weiß, dass damals die Rechte von Rainbow Arts einen ziemlichen Irrweg hinter sich haben. Die sind alle an THQ gegangen. Das war damals noch ein Publisher, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Die haben alles aufgekauft, was das angeht, denen gehörten die Rechte und dann ging THQ pleite, wenn du nicht daran hast. Und da hat dann vom Insolvenzverwalter der Julian Eggebrecht, das ist der Chef von Factor 5, die Rechte gekauft von den meisten Rainbow Arts Spielen. Und ich weiß nicht, ob er auch Mats gekauft hat, aber alle meine anderen Spiele hat er alle gesamten IP-Rechte gekauft. Und jetzt tauchten die ganzen IP-Rechte wieder bei Embracer auf. Also bei den Schmieden. Genau, die alle alten Rechte kaufen. Und das finde ich schön, dass die Dinge dann weiterleben dürfen, offiziell, und nicht mehr irgendwo unten als Kopie irgendwo rumfliegen. Finde ich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Also da gibt es ja eigentlich einige Dinge, die da eigentlich zum Konservieren wäre das wünschenswert. Wobei diese Rechte immer irgendwie so rumgeistern. Bei manchen Sachen weiß man es halt wirklich nicht. Das ist ganz kompliziert. Also ich weiß von einem Fall, wo wir als Softgold, da ist ein Distributionsdeal schiefgegangen. Und dann schuldete man dem englischen Distributor eine Menge Geld. Ja, also man konnte ihn aber nicht auszahlen. Man kann nicht einfach sagen, hey, ich nehme jetzt 500.000 Mark und gebe die einfach, weil man ja aus dem fließenden Geschäft nicht so viel Geld abziehen kann. Und dann hat Softgold den zufriedengestellt, indem sie ihm einfach, ich sage mal, alle Spiele, die noch im Lager waren, gegeben hat. Ja, also da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, ich sage es mal in der Zahl, 30.000 Spielekopien, die da alle noch in der originalen Verpackung liegen, die hat man ihm einfach gegeben. Und er konnte die verkaufen für 5, 10 Pfund, 15 Pfund, 20 Pfund, wie auch immer. Und dadurch hat er sein Geld wieder bekommen. Das heißt, man hat die Spiele, dadurch, dass die Produktion an sich, der Packung ja, kaum was kostet, konnte man monetarisieren, weil die Marge nach oben ziemlich weit offen war. Und so hat man dann teilweise Firmen mit Spielen bezahlt oder mit Spielenrechten. Das heißt, dann hat ein eng, ich weiß, Lesershoff war einer davon, die haben irgendwann mal von ein, zwei Spielen nicht nur gesagt, wir wollen das distribuieren, nee, wir wollen auch die IP haben. Und dann sind die Rechte von uns an die gegangen, Lesershoff wurde verkauft an eine andere Firma, die gehen pleite, dann gehen die Restrechte an den Insolvenzverwalter, der hat die dann verkauft an irgendwen, bla, bla, bla. Und diesen Vertrag, wo ich es nachzuvollziehen, den kriegt keiner hin. Das heißt, wenn du so ein altes Spiel anfasst, sag mal, ich würde jetzt ein Mats 2 machen wollen, dann kann keiner mehr sagen, wie die Rechte gehören. Das ist ganz schwierig. Und das ist so einer der Gründe, wie bei Apprentice oder bei einem anderen Titeln, warum man sagt, du, lass uns doch einfach mal da eine Hommage drauf machen. Es ist teilweise ganz, ganz vertrakt, was die rechtlichen Lage angeht. Und allein die Kosten, das zu eruieren, sind schon so hoch, dass man sagt, das lohnt sich nicht. Und du weißt nicht, ob die Firma in der Verwertung noch am Leben ist. Und dann sagt, hör mal zu, Jungs, das gehört mir, das Spiel, gib mir nachher. Und dann versuchen wir zu beweisen, dass es nicht so ist. Ja, ich hatte vor einiger Zeit, also auch letztes Jahr, hatte ich mit dem Ralf Glau ein Interview gemacht, der ja damals für Vermeer und Hanse da verantwortlich gezeichnet hat. Und hatte ihn halt auch gefragt, wie das eigentlich bei ihm dann später war, weil er ist ja dann auch nur irgendwie an eine Areola-Soft herangetreten und hat gesagt, hier, ich habe ein Spiel, wollte er das haben oder wollte er das nicht haben. Und dann später hatte er dann auch gesagt, ja, er hat dann eigentlich gar nichts mehr davon gehabt, weil einfach gar nichts mehr vorhanden war und die Rechte waren dann irgendwo und also war irgendwie so eine ähnliche Situation. Also Areola-Soft war eine Battlesman-Tochter und die Frage ist, was sie damit gemacht haben. Und es ist auch so, dass man Spiele verkauft hat, teilweise als Flat Fee. Also hier, geben wir mal 30.000 Mark und das war's. Punkt, aus. Du kriegst nichts mehr. Alles andere, was on top war, gehörte dem Publisher. Und man hat meistens immer die IP mitverkauft. Also man hat, damals waren wir noch alle blauäugig, ja. Also man hat die Namensrechte, alles komplett mitverkauft. Und dann bekam man dann halt hier und da auch Prozente, Beteiligung. Aber die waren, das war ganz schwierig, da korrekte Abrechnungen zu bekommen, beziehungsweise überhaupt, dass da noch was rüberkam. Okay. War halt ein wilder Markt. Es war so, dass keine Standards da waren. Das Know-how über den gesamten weltweiten Markt war nur wenigen Firmen vorbehalten. Also als kleiner Hobbyentwickler hat man da keinen Durchblick gehabt. Heutzutage ist es natürlich ganz anders. Die gesamte Infrastruktur ist ganz anders. Aber damals war das schon ein ganz schön wilder Markt, was da teilweise lief, ist halt, das wird mal nicht so erzählen, aber auf der einen Seite waren die Anstrengers. Wir haben alle wahnsinnig viel gelernt und eine Menge Leute, die damals mit Rainbow Arts groß geworden sind, haben nachher sehr, sehr gute Geschäfte gemacht. Man darf nicht vergessen, welche Firmen alle aus Rainbow Arts entstanden sind. Blue Byte, nehmen wir mal eine. Und da sind viele andere noch. Ja, ich weiß. Also der Ralf Klau hatte das alles auch als die goldene Ära der Spieleentwickler mal bezeichnet. weil man hatte irgendwie so den inneren Frieden. Man konnte eigentlich machen, was man wollte so. Das stimmt. Ja, es war irgendwie wenig war vorgegeben, weil es alles noch so in den Kinderschuhen war und das sich auch dann erst später entwickelt hatte. Also man konnte machen, was man will, aber man wusste es nicht besser. Beide Seiten nicht. Das hatte den Vorteil, man konnte machen, was man will, aber auf der anderen Seite hat man halt viele Spiele gemacht, die einfach nur Schrott sind. Das heißt, das bessere, was man tun sollte und was nicht weitergeben, das war halt damals war es noch nicht so gang und gegeben. Aber große Komplikation von damals war die Technik. Man musste wahnsinnig viel Aufwand in die Technik steckten, weil es gab keine Engines. Du konntest nicht einfach irgendwie ein Unreal oder ein Unity nehmen und einfach drauf loslegen. Nee, man musste es alles machen. Ja, Soundtechnik, Grafiktechnik, alles das musst du selber machen. Also die Hälfte der Entwicklungszeit ging immer für die Technik drauf. Und das war sehr teuer und sehr zeitaufwendig und nicht jedes Team hat das durchgehalten. Und heutzutage kann eigentlich jeder Hobbyentwickler mit Unity ein Spiel machen, ohne dass er 3D lernen muss oder Interface-Systeme oder völlig egal was. Also es gibt fast alle Technologien schlüsselfertig für lau, für umsonst. Das stimmt, ja. Und das ist ein riesen Fortschritt für damals. Man sieht es auch daran, dass die Anzahl der Spiele, die rauskommen, viel, viel höher ist als jemals zuvor. Und bevor Unity umsonst wurde und dadurch Unreal nachziehen musste, waren Engines auch sehr teuer. Also eine Unreal-Lizenz kostet eine Million Dollar. Der kann sich das schon leisten. Und dann musst du nachziehen, das ist ja umsonst. Und Mobile hat dann praktisch die kompakteren Teams wieder kompatibel gemacht und konkurrenzfähig. Man kann heutzutage mit ein paar Leuten richtig gute Mobile-Games machen, wobei auch da die Konkurrenz so groß geworden ist. Da muss man schon ein bisschen mehr Anstrengungen machen inzwischen. Auch die goldenen Zeiten mehr auf Mobile-Markt sind auch vorbei. Und inzwischen sind die Budgets auf Mobile-Tafel sehr höher als auf PC. Aber das ist halt eine andere Geschichte. Aber generell, Max war für Rainbows damals eines der teuersten Projekte. Es gab noch ein zweites, was eher nicht teuer war. Das wurde an SSI verkauft. Das war auch mein Projekt. SSI war damals einer der großen Anbieter von AD und D-Spielen, von den Rollenspielen und sehr viele tolle Taktik- und Strategiespiele. Und das Spiel wurde nachher kaputt gemacht durch einen neuen Produce, den wir dann gesetzt haben, als ich die Firma verlassen habe. Okay. Das war ein offizieller, also SSI wollte mit diesem Spiel ihr gesamten AD&D-Spieler in Zukunft machen, weil unsere Technik so viel besser war als ihre. Aber wie gesagt, Mats ist sozusagen der teuerste Erfolg, den wir dann hatten. Aber finanziell unterm Strich war das Ding immer noch profitabel. Das habe ich jetzt mal so aus deinem, was du halt erzählt hast, mal so rausgehört. Weil es glaube ich irgendwie, wir hatten die Zahl 650.000 Entwicklungskosten und 480.000 verkaufte Titel. Ja, also das hat sich sicherlich gut gerechnet. Also deshalb halt auch eigentlich im Nachgang natürlich hatte ich mir dann überlegt, die Frage danach, ja warum gab es nicht noch irgendwie einen Nachfolger, also Mats 2 oder irgendwas anderes. Man kann es ja nennen, wie man will. Grund 1 waren die Entwicklungskosten, die man niedrig halten wollte. Grund 2 war, das Team ist gegangen. Die sind in alle möglichen Richtungen dann gelaufen. Und man hat die Low-Hanging-Fruits eher genommen. Also praktisch, lass doch ein Turrican 3 machen. Da brauchst du 2-3 Leute und das war's. Lass uns das Action-Spiel von den Studenten kaufen. Das kostet uns 30.000 und dann bringen wir das vom Markt. Das war dann natürlich akzeptiver und schneller als nochmal ein Team von 5, 6, 7 Leuten zu bauen und damit dann nochmal 500.000 irgendwie reinzustecken. Das wollten die gar nicht. Ja, also kannst du vergleichen. 84.000 Vollpreis gegenüber dann 84.000 Niedrigpreis, aber die Kosten statt 650.000 hast du nur 30.000 Kosten. Dann ist es ganz klar, dass du dann eher das Action-Spiel für 40 Euro ladenstellst. Ja, ja. E-Markt. Ja, ja, klar. Das stimmt. Wobei ich ja sagen muss, also ich fand ja jetzt, wir hatten es ganz am Anfang mal, weil ganz grundsätzlich die Idee des Spiels war ja hervorragend. Und auch die Umsetzung war ja hervorragend, muss man ja sagen. Also die Kampagne war sehr ausgewogen. Die ganzen Regionen, die unterschiedlichen Städte. Natürlich, man muss es jetzt runterrechnen auf das Jahr 1990, was damals halt einfach möglich war und wie man halt irgendwas umsetzen konnte. Man kann es natürlich nicht mit heutigen Sachen vergleichen, aber es hatte also wirklich viel Neues und auch viel spielerisch Interessantes. Ich hatte mich halt, wie gesagt, ich hatte es ja dann nochmal gespielt und habe dann halt auch bis zu Ende gespielt und hatte dann halt irgendwie so gedacht, bitte? Hast du das letzte Team geschlagen? Ja, 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 ja. Also das, darauf wollte ich gerade kommen. Das war jetzt quasi die Frage, warum hat man quasi nach 16 erfolgreichen, harten Partien quasi jetzt nochmal ja so eine Art Endboss da nochmal eingesetzt, weil die waren ja wirklich schwierig. Also ich meine, das ist eigentlich nur noch, du versuchst irgendwie einen Punkt zu machen und dann, ja, mit Glück gewinnst du das Ding. Eine Erklärung, was den Humor in dem Spiel angeht, ja, man konnte, bevor man ins Match geht, konnte man ja in die Taverne gehen und das gegnerische Team verprügeln, ja, um deren Moral zu in die Sägen oder dass die am Anfang in ihrem Setup nicht den besten Spieler haben, weil der hat doch Verletzer auf der Reservebank gelegt. Solche Sachen haben die eingebaut, was kein Spiel überhaupt darüber nachgedacht hat. War schon sehr lustig. Man konnte den Schiedsrichter bestechen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass er in eine Richtung guckt. Ja, man kann, wenn der Schiedsrichter in eine Richtung guckt, hinter ihm faulen, ohne dass man angezeigt wird. Also Kleinigkeiten, die man im Gameplay eventuell nicht mitkriegt. Also du kannst, wenn der Schiedsrichter jetzt einmal irgendwo hinguckt, kannst du hinter seinem Rücken kannst du ein Spieler ummieten und kriegst keine gelbe Karte. Sowas haben wir eingedacht. Und dann kam halt noch so die Idee, du, das sind jetzt 16 Ligen, die du durchgespielt hast und so weiter, wir müssen auch was Besonderes machen. Und der Hartwig mit seinem Humor hat dann gesagt, ja, wir machen das ein super starkes Team. Alles Dämonen sind das ja. Und da hast du es echt hart, das überhaupt zu schlagen. Und das haben sie so hart eingestellt, dass die härtesten Muststreaks, die wir im Team hatten, dass sie schlagen konnten. Und dann kam Hartwig auf diese Dumme, die hat gesagt, lass uns doch spezielle Spiele in den Markt stellen, die sehr stark gegen diese Dämonen sind. Ja, welche sind das? Die weiblichen Dämonen. Das heißt, wenn du mit denen spielst, gucken die männlichen Dämonen den Weibern hinterher und spielen das Spiel nicht mehr und dann kannst du einfach gewinnen. was du jetzt nicht wusstest. Naja, das ist jetzt, das ist wirklich eine Insider-Information, die ich noch nicht wusste, weil ich hatte ja, man vom Spielablauf her, man kommt dann halt in diese Eisgegend zum Schluss und spielt eigentlich nur noch mit diesen Skirons, weil die eigentlich am, ja, ja, die meiste Kälte aushalten können, weil die menschlichen Spieler und andere, die gehen dann irgendwann ein, fallen um und dann ist vorbei. Deshalb spielt man ja eigentlich in der letzten Region fast nur noch oder ich zumindest habe es so gemacht, nur noch mit diesen Skirons und ist dann, ja, das wäre jetzt der Ansatz, den ich dann nochmal verfolgen will, weil mir ist dann das Geld ausgegangen auch. Also ich hatte dann zwar ein ganz gut, sehr gutes Team, aber nicht mehr sehr viel Geld und dann nochmal irgendwie alles umzuswitchen, dass man dann quasi alle Skirons verkauft und dann die nochmal ersetzt mit diesen weiblichen Dämonen. Du weißt gar nicht, ob einer reicht. Da muss man ausprobieren, ob nur einer reicht. Okay, das werde ich ausprobieren. Weil das war ja auch die Besonderheit, dass zum Beispiel auch diese weiblichen, die, wie hießen die noch, kommen wir jetzt gerade nicht drauf, die wurden ja auch nicht gefressen, also in dem Wassergraben. Die wurden ja dann wieder zurückgeschmissen, die wollte ja, das Monster wollte das ja nicht haben. War auch irgendwie witzig, dass man dann da irgendwie einen weiblichen Spieler hat, den dann irgendwie das Monster nicht fressen will. Also, wie gesagt, ich hatte das durchgespielt und war eben dann an dem Punkt, wo ich dann irgendwie in der Kampagne zu wenig Geld hatte, bin dann mit den Skirons ins letzte Match gegangen und bin da ja mehr oder weniger überrannt worden von diesen Viechern. Der einzigste Vorteil oder Nachteil von den Dämonen war, sie haben nicht sehr oft getroffen. Also, sie sind immer so, sie sind zwar super aggressiv und super schnell, aber sie haben nicht jeden Ball versenkt. Genau, das wäre so schnell zu Ende. Man wollte ja ein bisschen mehr Spaß haben und so weiter und dann war das okay. Man muss ihnen irgendeine Schwäche geben. Genau, ja. Also, das war so dann mein Rettungsanker sozusagen, wo ich dann also wirklich, ich glaube, weiß nicht, nach sieben Durchläufe, also nach sieben Innings oder wie man es jetzt nennen will, sieben Flonks, hatte ich dann, glaube ich, einen Punkt Vorsprung oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob die Idee von Hartwig kam, von den weiblichen Dämonen oder von unseren Zeitprogrammierern, aber es ist halt eine Teamgeburt gewesen, ja, wo das dann kam. Es sind so ein paar solche Sachen drin im Spiel, die in dem gemeinsamen Unsinn, dem über das Spiel, wo man in dem Spiel gearbeitet hat, dann solche Ideen kamen, wo die Leute einfach gesagt haben, hey, das ist so geil, lass uns das tun. Und das ist es halt, wenn du so ein Team hast, was sehr gut läuft und die haben Spaß dran und man sagt, du, die Idee ist zwar super gut, aber wir haben die Zeit nicht mehr, die programmiere sich hin, das ist so geil, wir müssen das auch noch einbringen und das hat viel ausgemacht. Deswegen, das sieht man an der Qualität vom Spiel, dass das Team eine Einheit war und da Herzblut dran gesteckt hat, ganz klar. Ja, da gebe ich dir absolut recht, also das sehe ich auch so. Das war auch damals schon so in den 90ern, wie ich es dann also das erste Mal sozusagen gespielt hatte, das war wirklich was, was mich lange gefesselt hatte am Amiga damals, weil andere Spiele, die spielt man halt irgendwie einmal und dann verlieren die ja dann doch an Attraktivität. Aber das war so ein Spiel, das konnte man auch mehrmals durchspielen, weil man dann irgendwie dachte, ah, ich probiere es halt jetzt mal nur mit irgendwie bestimmten Rasten zu spielen oder so. Das war natürlich toll und vor allen Dingen, was ich immer so interessant fand, ich meine, da hast du dir anscheinend irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine Besonderheit setzen wollen im Spiel, der Teut Busnit war ja gleich in der ersten Stadt, ist man ja eigentlich als erstes auf den Markt und hat gleich mal den Teut Busnit gekauft, weil der eigentlich der Überspieler war bis, ja, Region 3 oder so, da gab es dann eigentlich nie bessere und ich weiß gar nicht wie wir die Skillverteilung gemacht haben von den Leuten, ich weiß aber, dass das Team selber sich immer besser darstellen wollte als alle anderen rumrum. Also der Teut, ich nehme mal an, dass du das sein sollst, der war also der Spieler, den man am Anfang gleich gekauft hat und mit dem ist man, sofern er nicht gefressen wurde irgendwann, ist man eigentlich bis Region 3, so ist man mit dem durch und ich bin auch bis zur Eisregion glaube ich mit ihm oder kurz vor Eisregion und dann wurde er irgendwann gefressen, also dann war er weg, aber da waren dann wieder adäquate andere menschliche Spieler, das war dann irgendwie auch wieder ganz gut. Ja, soweit so gut, also das waren so eigentlich so meine Fragen, mir wird jetzt soweit nichts weiter einfallen, vielleicht hast du noch was, was du als Anekdote noch erzählen willst? Für mich war das eine der schlimmsten Erinnerungen, was die Spieleentwicklung angeht, aber auch halt dadurch, dass wir mit dem Papischer schiefgelaufen waren, dadurch, dass es halt hier und da Probleme gab, das ist halt so Sachen, die mich gelehrt haben, dass die Spiele, die sauber durchlaufen, Spielidee, programmieren, fertig machen, auf den Markt stellen, meistens nicht so den Erfolg haben, aber die Spiele, die irgendwo Probleme machen, wo du durchkämpfen musst, wo irgendwas passiert ist und sowas, meistens diejenigen sind, der harte Weg, die mehr Erfolg haben als die anderen und da war Mats eins davon, wobei da ganz klar das nicht am Team lag, das Team war halt eins der tollsten, wenn man zusammenarbeiten konnte, neben Factor 5, ja, muss ich sagen, schönes Erlebnis, waren die richtigen Leute dran, tolle Packung, die ich immer noch zu Hause habe, ich habe drei Originale drauf und zwei Original verschweißt, erinnere mich sehr gerne zurück an das Spiel, ja, und das erinnert mich daran, dass ich eigentlich mal wieder ein, zwei der alten Teammember anschreiben sollte, wie es dir geht, das ist eine gute Sache. So ist es, das sind immer die Gelegenheiten, wo man irgendwie sich zurückerinnert und sagt, okay, jetzt wäre die Chance mal wieder Kontakt aufzunehmen. Ich schicke Ihnen den Link, wenn es online ist. Auf jeden Fall, ja. Du, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen in die 90er Jahre zurück und dich also wirklich noch hervorragend, muss man sagen, erinnerst an das, was damals alles so passiert ist. Im Moment, ich habe vergessen, dass du die ST-Version nie gehabt hast. das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe mal Amiga gehabt und deswegen sei mir verziehen, bitte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es war doch sehr informativ, denke ich mal, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt da nochmal in das Projekt Matz einzutauchen und ich hoffe, die Leute hier, die sich das Ganze auf YouTube anschauen, sind genauso begeistert wie ich und hoffe, dass wir vielleicht eines Tages nochmal irgendwie in der Richtung was erleben werden. Faktor 5 ist ja mit ihrem Turrican auch noch nicht ganz raus, es könnte ja vielleicht auch nochmal was passieren. Die ganzen Amiga-Fans hoffen ja noch, dass nochmal was kommt. Faktor 5 arbeitet ist bei Epic. Ich weiß nicht, ob die ein Turrican machen würden. Aber hier, apropos Matz, wenn es das auf Steam gibt, ich glaube, die meisten Zuschauer haben einen Steam-Account, einfach mal Matz auf die Wischliste setzen, dann geht das im Ranking hoch. Vielleicht kriegen wir das ja noch in eine recht gute Position rein als Retro-Spiel. Vielleicht, ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also heute nochmal in Matz 2, wie auch immer geartet wäre, sicherlich nicht schlecht. Sehr witzig. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir recht herzlich und hoffe, wir hören uns das ein oder andere Mal vielleicht noch und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Okay, dir auch, ja. Ja. Bis dann.